Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Schröer und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Besucher mit SmartGuide ihre Sehenswürdigkeiten eigenständig erkunden können. SmartGuide ist eine globale Plattform mit über 500 Reiseführern und Tourguides, die Besucher anhand von Audio, Geolokalisierung, Bildern, Videos und Texten durch ihre Sehenswürdigkeiten führt. Besonders in der jetzigen Zeit erkunden Besucher am liebsten eigenständig, anstatt sich einer Reise- oder Besuchergruppe anzuschließen. Dabei steht das kontaktlose Erkunden im Vordergrund. Und das im eigenen Tempo, mit dem Smartphone, in der bevorzugten Sprache und anstelle von Broschüren oder gemieteten analogen Audio-Guides, die als unhygienisch angesehen werden. Einige Touren müssen nach wie vor aus Sicherheitsgründen, zum Beispiel zum Schutz der Exponate, weiterhin mit Führern geführt werden. Mit SmartGuide können Sie jedoch bei diesen Führungen verschiedene Nationalitäten mischen, die die Führung dann in ihrer Muttersprache machen. Somit entfallen Wartezeiten und Kosten für Führungen in bestimmten Sprachen. Außerdem werden mit SmartGuide große Gruppenansammlungen in Ihren Sehenswürdigkeiten vermieden, da die Besucher eigenständig erkunden und nicht Teil einer Gruppenführung sind. Sie können Ihren Audio-Führer kostenlos anbieten, um auf Ihre Sehenswürdigkeit aufmerksam zu machen oder aber auch an der Kasse zum Kauf anbieten als zusätzliche Einnahmequelle. Wir unterstützen Sie dabei bei der Vermarktung Ihres Guides und stellen Ihnen QR-Codes, Posters und Widgets zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihr Guide auch überall sichtbar ist. Mit selbstgeführten, kontaktlosen Audio-Touren über das eigene Smartphone minimieren Sie das Risiko einer Covid-Infektion. Machen auch Sie die Sicherheit Ihrer Besucher zu Ihrer Priorität. Es ist schnell und einfach, Audio-Guides zu erstellen. Und Sie brauchen einfach nur die Bilder, Texte, Videos, die Sie während der Führung zeigen wollen. Und innerhalb kürzester Zeit steht Ihr Audio-Guide zur Selbstführung Ihren Besuchern zur Verfügung. Indem Sie unsere professionelle SmartGuide-Plattform nutzen, ersparen Sie sich die Entwicklung und Wartung einer eigenen ab. Genauso wie die Wartung, das Aufladen oder Reparaturen von analogen Audio-Guides. SmartGuide steht im Apple- und Google Play Store zur Verfügung. Und wir kümmern uns um alles. Updates, Wartung und vor allem den Kundensupport von App-End-Usern. So, dass Sie sich einzig und allein auf die Audio-Führungen und Ihre Besucher konzentrieren können. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Praxisbeispiele vorstellen, die wir vor kurzem implementiert haben. Zum Beispiel in Theresien irten Besucher durch das jüdische Viertel ohne die Hintergründe der verschiedenen Gebäude und Räumlichkeiten zu kennen. SmartGuide hat einen Reiseführer für die gesamte Stadt Theresien veröffentlicht, der Besucher nun alle Hintergründe und Geschichten zu den Sehenswürdigkeiten erzählt. In Sternberg, die Burg, konnte man vor SmartGuide nur anhand von Broschüren in tschechischer Sprache erkunden. Nachdem SmartGuide die Inhalte digitalisiert hat, kann die Burg nun in verschiedenen Sprachen erkundet werden. Den Harvard Campus konnte man vor der Digitalisierung durch SmartGuide nur einmal pro Woche geführt besichtigen. Nun können Besucher jederzeit nach Harvard kommen und den Campus anhand von selbstgeführten Audio-Touren mit SmartGuide kennenlernen. SmartGuide hat sich bewährt und bietet zurzeit über 500 Reise- und Tourführer an, die von unseren 300.000 Usern genutzt werden. Möchten auch Sie Teil unserer erfolgreichen Plattform werden und selbstgeführte Audio-Touren über SmartGuide anbieten? Melden Sie sich gerne jederzeit bei mir. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.